Herzlich willkommen bei Stefan entdeckt die Welt. Herzlich willkommen in Nordthailand. Herzlich willkommen bei mir vor der Haustür. Guckt mal hier. Heute war ich fleißig. Heute war ich echt fleißig. Da auch. Ich habe heute Morgen nicht so gut geschlafen. Wir waren um fünf schon wach. Da dachte ich, weißt du was, 20 vor 6, 6 Uhr geht die Sonne auf. Und da bin ich aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht. Und habe mich einfach an den Garten gegeben. Weil da war noch eine ganze Menge zu tun. Und da habe ich aber echt viel weggeschafft heute. Und ich habe gedacht, ich gehe noch mal eine Runde mit euch durch den Garten. Weil doch der ein oder andere immer mal fragt, zeich noch mal Bilder von deinem Garten. Was machen die Hühner? Und hier müsste ich jetzt bald schon wieder. Hier habe ich alles mit dem neuen elektrischen Fadenschneider gemäht. Da habe ich natürlich das Problem, da ist mir jetzt wirklich einer der Akkus, den ich schon lange habe für die Kettensäge, der ist jetzt durch. Der gibt ständig Federmeldungen beim Laden. Da habe ich jetzt einen neuen bestellt. Und ja, das ist okay. Ich meine, der ist ja jetzt auch schon zwei Jahre alt. Wird viel, wirklich viel genutzt. Also hier unter den Zorn-O-Bäumen, da muss ich jetzt noch mal ran mit dem Fadenschneider. Aber da steht jetzt nichts mehr Meter hoch. Von daher, das ist alles machbar. Da hinten flitzen die Hühner, die irgendwie kommen. Mick, was machst du? Guckst du Hühner? Möchtest du mitkommen zu den Hühnern? Kommst du mit? Nein? Einer der sechs Katzen. Das ist der Mick. So, hier habe ich heute Morgen gewütet. Da diesen Zorn-O-Baum, den werde ich auch noch ein bisschen kürzen, sodass der nicht so schief hängt. Aber erst mal abwarten, dass die Früchte reif sind. Hier den Baum, den habe ich komplett zusammen gefaltet heute Morgen. Und jetzt bin ich hier im hinteren Bereich so weit, dass ich bis auf ein, zwei Ausnahmen, wo ich vielleicht noch mal ran muss, überall vernünftig mit dem Trecker fahren kann. Und dann auch der Baum hier, auf den ich gerade zulaufe, der ist auch frisch in Ordnung gebracht. So, das ist ja mein Ziel, ist das hier alles, hier diesen Ast, den muss ich vielleicht noch wegnehmen. Seht ihr mal, der ist ja sowieso gebrochen oben drin. Also mein Ziel ist, diesen ganzen Garten so zu machen, dass ich den weitestgehend mit dem Trecker machen kann. Und da unter dem Mangobaum, da muss ich noch mit der Elektromotorsense dran. Aber da waren die Akkus jetzt einfach leer, sonst hätte ich das schon gemacht. Aber das ist ja zwei Minuten erledigt. Was da noch steht, ist Chili. Den darf ich nicht wegmachen. Dann kriege ich Krach mit meiner kleinen Frau. Lecker. Genau, also ich finde das auch nicht schlimm, wenn jetzt mal hier so ein bisschen Zeug steht. Das ist natürlich, was ich hier in den letzten Tagen aus den Bäumen geschnitten habe. Ein Wahnsinn. Da an der Mauer muss ich jetzt auch noch mal lang. Das mache ich aber mit der Motorsense. Da hat der Amm heute Morgen das Schneideblatt vorne abmontiert. Und hat das jetzt hinten irgendwie in diesen Kohlemeiler mit Ei gebaut, dass das glühend warm wird. Und dann kann er das platt klopfen. Und dann kommt es wieder dran an die Motorsense. Also an der Mauer lang, da muss ich noch ein bisschen was machen. Aber das ist alles nach und nach. Wenn man mal so ein bisschen Grund drin hat, da sehe ich gerade auch, da muss ich auch noch dran. Aber der gröbste Grund ist drin. Wenn man jetzt hier alle paar Tage mal einen Tag, fünf, sechs Stunden wacker durchhält, dann ist das zu machen. Hier den Baum, den haben wir, der war ja gekippt, weitestgehend weggeschnitten. Das hier ist ja super als Wunsch, hier was für Enten zu bauen. Aber die kommt irgendwie nicht dazu, im Moment hier weiterzumachen. Dann ist das jetzt mit dem Spülmittel und dies und das. Jetzt ist gerade hinten ganz viel Gemüse reif. Da werde ich ihr jetzt vielleicht morgen oder übermorgen nochmal mit der Motorsense hier das Grünfutter wegmachen. Dann hat sie vielleicht mehr Motivation, hier weiterzumachen. Die konnte ich nicht durchfahren, weil sie hier Erde aufgeschüttet hat. Und dann war das so weich, da bin ich im Trecker hängen geblieben. Ja, hier ist unser Hühnerstall. Und wir haben ja unterschiedlichste Sorten von Hühnern mittlerweile hier. Verschiedene Generationen. Genau, das ist eins, was quasi selber hier entstanden ist aus einem Legohuhn. Und der Hahn war ein Fleischhahn. Da sind die fünf, neun. Eins, zwei, drei, vier neue. Was ist denn das fünfte Huhn? Eins, zwei, drei, vier. Ah, da, fünf. Die werden langsam braun. Kriegen ihre Farbe. Ist da noch Wasser drin, sagt man? Ja, da ist noch Wasser drin. Alles gut, keine Panik. Der dicke Mann tut euch nichts. Da hat die Soba eben noch eine Papaya hingeworfen. Alles, was vorne so, Futter ist auch reichlich da. Alles, was vorne so an. Obst und Gemüse übrig bleibt. Das wandert halt hier in den Hühnerstall. Alles an Lebensmittelresten. Alles egal. Alles die Hühner. Ja, hier muss ich jetzt auch nochmal schneiden. Das kann ich aber mit einem Trecker. Und die Motorsäge, die im Hintergrund wird, das ist der Arm. Wir haben es eben gekommen und der schneidet gerade, jetzt habe ich mich aber ganz clever hier selber eingesperrt. Ne, habe ich gar nicht. Müsste gehen. Der schneidet gerade das Holz klein, was ich hier heute Morgen aus den Bäumen geschnitten habe. Ich schneide dann mit meiner Motorsäge immer nur so wenig wie möglich, weil ich ja nur mit Akku schneide. Ist klar, irgendwann sind die Akkus leer. Das heißt, das in passende Stücke schneiden, das muss er selber machen. Aber das ist er mit seiner Motorsäge so schnell. Hier wieder hinten, seht ihr in der Ecke, das ist im Moment auch alles Pari. Also echt geackert hier. Was wir im Moment halt haben, sind sehr, sehr viel Grünabfälle. Ich dachte gerade, da wäre wieder ein Huhn ausgebüxt, ist aber gar nicht. Schaut mal, da oben die Bananen, das ist eine besondere Sorte hier. Die haben wir selber gepflanzt, die sind jetzt anderthalb Jahre alt oder so. Da hängen zwei Stauden, sehe ich. Die sind aber noch ein bisschen zu klein. Die letzte Stauden hier, die ist einfach abgeknickt. Die haben wir komplett an die Hühner verfüttert. So viele Bananen dieses Jahr. Eine. Und da oben ist noch eine zweite. Überall hier noch diese Anstufe von unserem Wassersystem. Da hat der Arm diese Pfähle angesprüht, dass ich die nicht immer kaputt fahre mit dem Trecker. Hier der Baum, das habe ich auch alles so geschnitten, dass ich mit dem Trecker gut fahren kann. Was ich jetzt hier noch machen muss, nach und nach, aber das sind immer so Sachen. Da kann man mal abends, wenn es nicht mehr so warm ist, schöne Stunde einfach losziehen, hier diese ganzen Schößlinge unten aus den Bäumen raushacken mit einer Machete. Aber das ist alles Killefitten. Das sind Papaya-Bäume hier. Das da ist ein Avocado-Baum. Dieser hier. Der hat jetzt gerade die letzten paar Monate auch richtig schön zugelegt. Der hat eher so ein kümmerliches Dasein geführt, aber im Moment wächst der richtig gut. Da ist ein Limettenbaum, da ist noch ein Limettenbaum. Diese gelben Kugeln, das ist eine Auberginenart, da haben wir aber noch mehr von. Man sieht es auch in den Blüten. Das hier ist Baumspinat, kann man auch essen. Zitronengras. Hier sind noch mehr. Markör. Und hier in dem Busch hat die Sopar heute Morgen blaue Blüten geerntet. Die kann man nicht nur essen, die kann man auch nehmen, um Sachen einzufärben. Und damit will sie unser Shampoo einfärben. Will sie mal testen. Ich habe sie also soweit. Wenn wir das hinkriegen, macht man ein Shampoo-Video. Also wir haben es vor, sagen wir mal so. Da ist eine Bananenblüte, die hat sie offensichtlich heute geschnitten. Hallo Mietzel. Hallo Mietzel. Da auch noch Bananen. Hier ist jetzt abgesteckt, wo wir bauen wollen. Sopar sitzt just in diesem Augenblick gerade drin und überlegt, wo kommt welche Klimaanlage hin und wie und was und wo. Auch hier wieder eine Brennstelle. Baumspinat, Schaom. Da in ihrem kleinen Gewächshaus. Da hat sie Grünkohl. Und sie so per erntet gerade, was ich gleich einkaufen fahre. Und dann nehme ich das mit und bringe das ihrem Bruder. Lauchzwiebeln. Tomaten hast du keine, ne? Ah ja, da, aber da ist nichts reif im Moment. Ja. Da hat sich jetzt noch so ein schwarzes Netz über das plastische Licht einfach ein bisschen Schatten zu kriegen. Ja. Siehst du ja, wie viele Dinge ich noch so nebenbei an der Backe habe. Da bin ich ganz froh, dass sie mich da nicht so sehr einbezieht. Hier hat der Arm aus einem Baum, den er letztes Jahr gefällt hat, ein Bretter geschnitten und beschwert, dass die gerade bleiben, sich nicht verziehen. Da ist noch die Stelle, wo er geschnitten hat. Das macht er alles mit der Kettensäge. Unglaublich. Auch hier haben wir echt gewütet, ne? Das ist, da ist noch ein bisschen Zeug hier vom Leerum- und Aufräumen. Ich kann ja mal gucken, wie viel Wasser gerade in den Tanks ist. Ein bisschen suppt da immer raus. Eine gewisse Grundfeuchte. Und dann macht meine Frau, die sagt, das ist egal, ich pflanze Gemüse rundherum, dann ist das schon mal gegossen. Oh, die sind fast voll. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Der Wasserstand ist die oberste blaue Halterung von dem Schlauch. Kurz darüber steht der Wasserstand. Da ist relativ viel Wasser drin. Was auch gut ist, im Moment ist ja genug Wasser da. Die Pumpe mackelt auch nicht. Also Grundwasser ist reichlich da. Die haben wir ja auch vor ein paar Monaten erst sauer gemacht. Aber macht ja Sinn, die Tanks voll zu machen, wenn nicht gerade jemand mit Dürre zu kämpfen hat. Das sind Teakbäume. Das ist im Prinzip diese zwei, wo oben die großen Blütenstände drauf sind. Das sind die in klein. Teakblätter. Mangos. Das ist alles Kürbis hier, verschiedene Arten Kürbis. Hier das mit den roten Stängern kann man auch essen. Sieht für mich aus wie eine Mimosenart, aber vom Grundzeug habe ich wenig an. So, jetzt schauen wir mal, was der Arm heute macht. Das ist quasi sein. Seine Ecke hier. Jetzt hat er mittlerweile doch wieder hier in der Grube. Oder hat eine neue Grube ausgehoben, macht da Kohle. Aber das stinkt auch nicht so wie früher. Das ist irgendwie auch gemauert da drin. Also er macht und mangelt da die ganze Zeit. Der Kohlemeiler, der ist gerade gelaufen. Und hier hat es offensichtlich Grünefleisch gegeben. Und hier wird gesetzt. Guck mal, hier könnt ihr pennen für 20 Sparben pro Nacht beim Amt. Weil dann schildet man. Guck mal, hier könnt ihr pennen für 20 Sparben pro Nacht beim Amt. Guck mal, hier könnt ihr pennen für 20 Sparben pro Nacht beim Amt. Das ist Holz hier der letzten Monate. Kaffee-Limettenbaum haben wir das letzte Mal gefilmt, als ich das Shampoo-Video aufgenommen habe. ja und ich weiß es ich weiß es jetzt schon das kommen wieder kommentare wie kann der mit der ketten säge ohne gehörschutz ohne schutzbrille ohne sicherheitsschuhe nur in flipflops ich kenne hier keinen der das anders macht wie er das ist hier so in meiner spielzeug assäge hantiere habe ich auch nur gummi latschen an ich mit der motorsense unterwegs bin dann habe ich mal zumindest ein netz vom gesicht um splitter steine oder sowas abzufangen das ist hier eine andere nummer das ist hier einfach anders ich meine das gibt es alles gibt sicherheitsschuhe und gehörschutz und tralala aber hat hat keiner benutzt auch keiner wenn ich dem am jetzt sagen würde du musst das aber anziehen dann würde der lächeln und würde sagen ja ja aber machen würde der doch lange nicht weil das macht halt keiner hier also halte ich mich da einfach raus naja dann habt ihr eben gesehen hinten auf dem alten kohlemeiler da lag alles voll federn da hat es wohl eins unserer hühner erwischt aber auch da halte ich mich komplett raus ich esse kein hühnerfleisch die fleischhühner sind halt da ja und die werden auch gegessen solange ich persönlich da keinen mal esse mit habe ist es mir okay weil die hühner die leben ja hier wirklich ein gutes leben und ob die irgendwann aus altersschwäche tot umfallen oder ob die ein jahr vorher die rüber abkriegen und dann zur hühnersuppe gemacht werden mein gott solange ich das nicht essen muss ist das nicht mein karma und alles ist gut guck mal her limetten endlich ich glaube drei stück haben wir oder so aber das gibt die hoffnung fürs nächste jahr dass dann ein paar mehr kommen jetzt sind wir einmal rund gelaufen also ich habe echt geackert die letzten wochen um das hier halbwegs wieder in griff zu kriegen und bin eigentlich ganz zufrieden jetzt kommen auch bald wieder gäste ins gästehaus da freue ich mich auch da habe ich auch jemanden zum quatschen und ja hier vom gästehaus muss ich schon wieder mehr da habe ich damals angefangen vor zehn tagen oder so als ich gesagt habe du musst mal wieder klar schiff machen im garten da ist schon wieder auch da am steintisch das alles voll laub aber das ist ja alles schnell passiert da mit dem besen mal drüber gegangen und gut da hat auch der ein oder andere gefragt was macht ein gartenteich was soll er machen der blubbert vor sich hin alles gut jede menge fische drin und never change a running system ich werde dann teufel tun irgendwas dran machen das funktioniert gut so wie es läuft fertig ab und zu wenn es ängelchen kommt schmeißt man eine handvoll katzenfutter oder fischfutter rein was gerade da ist dann hat der kamin spaß dran und das gemüse was also das was hier drin wächst das ist alles gemüse das ist die sopa also dieses frag mich wie es heißt wasserspinat keine ahnung und dadurch dass sie da ständig pflanzen rausholt holt sie natürlich nährstoffe raus und das ganze funktioniert ja so nun bin ich echt zufrieden alles läuft an den fahrzeugen ist alles in ordnung meine tankanzeige ist dicht bei der annie das guter läuft der trecker läuft alles ist gut da habe ich jetzt gerade auf eine kamera zu wie teste ich für den christoph ist na sim karte drin also die kann 4g genau der wollte so was haben und sagt bestellen wir die teste die für mich und wenn die funktioniert schickt die da und dahin so das machen wir gerade mit mittelmäßigen erfolg also so ganz zufrieden bin ich noch nicht das kann aber auch daran liegen dass einfach der akku mal vernünftig laden muss ich habe die heute mittag erst hier aufgehangen wie bitte hat saß ok und du auch mal ist immer irgendwie alles voll mit katzen die sopa sammelt fleißig weil ich soll das jetzt gleich zu ihrem bruder fahren bitte da oben papaya ohne ende wenn ich überlege was die in deutschland im asianmarkt kosten und hier verfüttern wir sagen die hühner aber gar nicht mehr wissen wohin damit wahnsinn ja stimmt dem hundemann bringen wir auch welche da müssen wir auch die tage noch mal hin höchste zeit ja machen wir den eimer voll mit papaya und vielleicht mit katzen die kacken nämlich überall hin fräulein ja so bitte ich kann euch mal noch hier zu dem abgesteckten was reich was sagen also hier wird es eine treppe hoch geben dann wird es so eine art wirtschaftsraum zwischen den beiden häusern geben also das ist ein eigenes haus was wir bauen und dazwischen soll dann bereich sein für waschmaschine trockener tiefkühltruhe und es wird ein durchgang geben wir brechen also da eine tür und auf der anderen seite gegenüber gibt es eine tür dann kann man da durchgehen genau hier geht die treppe hoch das hier wird eine kleine terrasse und hier wird es eine treppe geben zack zack nach oben weil oben auf dem dach wollen wir dann sitzen können wir bauen also ein flachdach und dann vier ständer in die ecken und da so ein blechdach oben drauf das hier wird die teilküche also so paar kriegt quasi eine kleine küche wo sie mit para kochen kann und so dann kommt hier eine große küche hin das hier wird die große küche mit aircon auch gemauerte küche und hier wo es schon wieder wuchert wie blöd im prinzip genau das stück wo es gerade so hoch steht das wird dann unser schlafzimmer wenn es danach da raus dass man da auf die berge gucken kann jetzt scheint genau da die sonne hängen auch schon bananen seht ihr so das ist jetzt nichts riesiges hier aber das wird uns schon noch mal in dem bereich den wir jetzt haben gut entlasten dann habe ich mein eigenes computer zimmer und so paar hat endlich eine vernünftige küche plus eine ordentliche teig küche weil dieses kochen in dem raum in dem man auch wohnt gerade die thailändische küche da riecht es halt das ist schwierig und die jetzige einbau küche die wird aufgearbeitet und dann kommt die ins gästehaus das soll der arm machen bei dem war ich ja neulich auch das hat er mir auch versprochen dass er das macht ja ja das war noch mal so ein rundgang hier da ist doch immer wieder nach gefragt wurden ich habe das gar nicht so in erinnerung dass das schon so lange her ist dass ich das das letzte mal gemacht habe aber wenn danach gefragt wird dann euer wund ist mir befehlen dann mache ich das natürlich so jetzt fahre ich noch katzenfutter kaufen was sonst auch hier kaufe ich auch noch katzenfutter bier dann noch was muss ich meine frau mal fragen euch mache ich jetzt aus das video schneide ich nämlich dann heute abend noch schneiden und wünsche euch noch einen schönen tag schönen abend wo auch immer und wann auch immer ihr das video seht macht's gut seid nett zueinander liebe grüße aus thailand so 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 so